alter der ist so creepy oh, da wären wir wieder ok, ich schätze hier können wir nicht rein aber hier noch ein neues zimmer nichts ah, jede menge stuff schade, dass hier nicht mal so ein einzelner zombie rumsteht oder so das fehlt so ein bisschen yes, pillen so, also wenn ihr es lesen wollt, gerne pausieren ach so, hier sind wir hochgekommen infizierte, mir geht's gut hier, mach jetzt das Tor auf nein, ich werde dich dort lassen und hau ruck und hau ruck und noch einmal hau ruck yes ja, komm schon durch so die clicker waren das Freierfleiß? nein nein, ich glaube nicht warum gibt es infizierte Sonne beim Labor Bill nutzte sie als Verteidigung vielleicht machen sie das auch ja, das verstehe ich oh keine Wache kein gar nichts ja langsam sollten wir jemanden treffen gehen wir rein ah, hier gibt es wieder ein paar schöne Zelte zum Durchsuchen nice secrets wow warst du in so einer Schule an der Universität? hier nein, zumindest nicht als Student wie kommst? na als Sarah kam war ich noch sehr jung oh warst du verheiratet? eine Weile was ist passiert? okay zu viel? zu viel teile jetzt könnte bald mal nee, wir brauchen mal diesen scheiß Viererkasten wo ist der blöde Viererkasten? der muss doch endlich mal auftauchen damit ich mal wieder irgendwas upgraden kann weil wir kommen hier von Werkbank zu Werkbank und ich kann nichts mehr upgraden aber ich hab halt keine Ahnung was sollten wir? wo ist sie überhaupt? da kann ich nicht hin hä? wo ist sie? what the f- okay sie hängt dort fest ich hab irgendwie noch in Erinnerung gehabt man hätte hier Waffen upgraden können ich weiß auch nicht komisch sehr merkwürdig los los rutsch gehen wir hey, wie wär's da drüben? ja, scheint der Eingang zu sein ja wie kommen wir jetzt hier rein? zugerostet hier kommen wir nicht durch hä? vor allem zugerostet aber da hängt hier kommen wir rüber vor allem zugerostet da hängt eine Kette inwiefern ist hier was zugerostet? fuck wird ja mich verarschen aber ich hab da so ne Idee warum nehmen wir nicht diese Tonne die hier random rumsteht und schieben die in das Tor hinein tja okay, nicht das was ich wollte aber es geht und ich wette wir können die Tonne jetzt nochmal gebrauchen tja, würde sie das ist nicht ihr ernst alter hier kann man rein, oder? nein, kann man nicht irgendwie ist fest damit gerechnet nice okay, wir sind drin komm, Kleine, gib mir die Hand na, bitte danke sehen wir uns um? oh ja yeah tja die Lampe, alter wo sind alle? ah ein Upgrade-Tisch uh natürlich nochmal 25 ja toll ein Upgrade-Tisch schon wieder aber ich kann nichts upgraden das ist doch das ist doch zum Kotzen ich brauch den blöden Viererkasten ah man ey es ist doch nicht den ihr ernst es ist, dass ich ihn übersehen habe kann nicht sein 30 Pillen haben wir jetzt aber mal da können wir doch ja also der Upgrade-Tisch wie gesagt bringt mir so gar nichts seien wir leise bis wir wissen was hier los ist hm würde ich auch sagen erstmal gucke ich mich hier noch um vielleicht finde ich ja den Kasten noch ist er hier drin nein nur noch mehr Teile zum Bauen das ist schön ich meine wir können dann bis zum Get nur upgraden wahrscheinlich weil wir so viele Teile haben aber ja wow dafür brauche ich trotzdem noch ein Messer really yes der Viererkasten yes ich verwende ich Teile dafür was ist das ok noch mehr Pillen oha alter wie viele Teile Tiger übertreibs halt ah noch ein Buch ich glaube so viele Bücher habe ich noch nie gefunden ok ok jetzt gehen wir erstmal upgraden ich wusste doch der Vierertisch muss ja irgendwo sein aber halt warte konnte ich oder konnte ich ja ich konnte von hier da hin hier müsste es doch ganz gut gehen so bei der wollten wir einiges machen panzerbrechend auf jeden Fall mh Magazinkapazität Schussfolge wobei ah ist Schussfolge hier wichtig na das lassen wir erstmal wartet mal jetzt gucken wir erstmal hier Reichweite Reichweite ja sehr gut Nachladetempo ist egal mh die Reichweite reicht so was haben wir hier noch Reichweite Schussfolge wir können nochmal die Schussfolge machen dann Zielfernrohr nochmal verbessern Panzerbrechend kann schaden sehr gut hier könnten wir nochmal die Magazinkapazität hier geht nichts mehr da ist es auch nie so wichtig ich glaube den Rest heben wir uns noch auf das reicht das sieht gut aus so jetzt gucken wir mal alles durch ob wir was nachladen können das zum Beispiel das können wir nachladen dafür haben wir keine Schüsse okay und hier haben wir jetzt warte mal hier haben wir jetzt ein besseres Visier drauf oh ja das geht etwas weiter hier machen wir mal die Schrotfette so okay passt achso ich würde mal kurz zwischenspeichern aus Sicherheitsgründen man weiß ja nie ich weiß immer nicht ob das automatisch speichert so okay so dann gehen wir weiter auf der Hölle nichts nützliches hier ist nichts außer medizinischem Krempel ich kapier's nicht sieht aus als wären sie überstürzt geflohen oh vielleicht nicht alle davon bleib in meiner Nähe was war das beim bleib in meiner Nähe sie rennt los mit Alter der Baum hier drin ist auch geil Blut. Und Pillen. Solange es Pillen gibt, bin ich zufrieden. Nice. Wann gab es eigentlich den Stufe-5er-Kasten? Den hätte ich jetzt auch gern schon. Ich habe eine Flasche dabei. War hier was? Nö. Okay, noch so ein Raum. Noch mehr Pillen? Nice. Gefällt mir. Dann findet ihr ja viel schneller als früher. What the fuck? Yes. Give me more stuff. Okay, das war's hier. Achso, ist der selbe Raum, ne? Ja. So, dann schauen wir mal, was hier ist. Okay. Hier ist nichts Sinnvolles. Das haben wir hier. Hier muss doch jetzt noch was Nützliches sein. Ja, das ist nützlich. Das auch. Okay. Das scheint's gewesen zu sein. Dann gehen wir mal hier weiter. Mal gucken, was hier kommt. Mist! Das sind dann wohl Clicker, ja? Nein, Clicker verstecken sich nicht. The Hack. Gespenster. Was haben wir denn da? Oh. Röntgenbilder des Pilzwachstums im Gehirn eines Patienten. Okay. Ah. What the hell. Hm. Hm. Ja. Feuerfleisch auch nicht. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Haha. Weiter suchen, wir werden was finden. Okay. What? Muss ich da zu Wookie sitzen bleiben, um das zu hören? Äh. Oh. Vier Paletten. Laborausrüstung verpackt und transportbereit. Tja. Die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Oh. Das sind Laboraffen. Scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie. Ja. Wenn irgendwer die Freiheit verdient hat, dann hey, langsam. Ach Mist. Oh nein. Oh nein. Der beißt. Haha. Oh mein Gott. Das hab ich schon wieder vergessen. Das hab ich schon wieder vergessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der beißt. Alter. Wie schlecht. Kann man bitte was synchronisieren. Alter. Wer sagt bitte, während er gebissen wird. Oh mein Gott. Der beißt. Haha. The fuck. Also der redet von den Affen übrigens. Das sind die Labor. Oh mein Gott. Der beißt. Alter. Wie blöd. Das hab ich schon. Alter. Ich hab früher schon immer darüber gelacht. WTF. Weiß. Klingt einfach so blöd. Oh mein Gott. Ah. Wow. Wenn sie die Firefly suchen, sie sind weg. Was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu schicken. Die ganze Scheiße reine Zeit verschwinden. Das nicht mitmachen. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort, dabei die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Tja, der Typ hat sich wohl hier das Leben. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Okay, machen wir uns bereit, Leute. Ja, das war Möglichkeit Nummer 1. Willst du was? Hat er jetzt ernsthaft versucht, mich mit einem... ...und bleib unten, Alter. Ich glaube, der ist Matsche-Pasche. Ich glaube, einer ist hier rüber ausgewichen. 2. Wir kontrollieren lieber nie, dass hinter uns jemand kommt. Einmal hier die Reihe rum. Hier ist niemand, glaube ich. Wow! Alter, wieso? Ah! Alter, wieso war die Tür offen? Oh, mein Gott. Lass die los! Der wollte mich töten! Alter. Die sind doch behindert. Alter. Vor allem die immer, Alter. Der wollte mich töten. Ach, nee. Meine. Mein Gott. Der hat mich mit dem! Der hat mich mit dem! Ja, ich hab gut erwischt. Oh, fuck. Äh, ja. Ich wollte nachladen. Das war jetzt... Das war Fail. Ow. Uh-oh. Äh, Joel läuft aus. Oh, was soll ich jetzt tun? Was? Das Torfascher! Oh, ich hab... Du musst mich aufziehen. Okay. Okay, bereit? Eins, zwei, drei! Ah, meine Lebensenergie! Ah! Gehen wir einfach zum Pferd! Ja. Oh, das sieht nicht gut aus für Joel. Da ist keiner! Weiter! Joel, wie geht's dir? Es geht. Es geht. Kommst du durch das Fenster? Ja. Okay. Okay. Du hast meine Freunde getötetet, Arschloch. Alter. Los da. Bis auf die harte Tour. Kleine... Alter. du bist okay jetzt gut dass das nur einbildung ja da würdest du auch gehen die ist so geil da ist der ausgang nur noch ein kleines stück ja 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 Alter. Wir gehen. Warte. Ich öffne die Tür. Ich lasse die Zeit. Los, komm. Oh, joh. Es geht doch. Scheiße. Klar, inzwischen ist Winter geworden, oder was? Auf geht's. Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel? Scheiße. Joel, hier. Steh auf, steh auf, steh auf. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Hier steh ich schon auf. Joel! Und da ist Joel dahin. Und da ist Joel dahin. Das Ende von Joel. Ja. Ich weiß, die Szene erschreckt viele Leute. Das wird nicht lang reichen. Das wird nicht lang reichen. Koordin! Tysa! Tysa! Ruhig, ruhig! Tysa! Tysa! Ich hab dich. Schüsse! Es ist Ha! Fuck! Ich sehe nicht! Oh man! So sorry, ich würde dich auch gerne sofort töten. Es tut mir leid. Ich bin so ein schlechter Schütze. Okay, den Blutsporen folgen. Wieso lebst du noch? Was ist das für ein Ort? Toll. Alles ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Altes Holzfällerwerk. Spoiler. Super. Noch ein Comic. So Leute, wir müssen sowieso mal gucken, was Eddie so hat. Hier sind übrigens die ganzen Comics. Ja, das sind die, die Joel gesammelt hat für die. So, dann haben wir zum Beispiel das Witzebuch. He. Das ist echt lustig. Noch ein Witzebuch. Ach ja, stimmt, sie liebt ja Bücher. Riley's Anhänger. Du fehlst mir. Ja, wer sie ist, das erfahren wir noch später. Sams Roboter. Ich war so dämlich. Ich hätte was anderes sagen sollen. Ein Walkman. Vielleicht kriegt man den hin. Nachricht von Mom. Ellie, ich will dir ein Geheimnis verraten. Ich bin kein Fan von Kindern und ich hasse Babys. Trotzdem schaue ich dich immerzu an und bin überwältigt. Du bist noch keinen Tag alt, aber dich zu halten ist das Unglaublichste, was ich in meinem Leben getan habe. Einem Leben, das nun viel zu schnell zu Ende geht. Marleen wird sich um dich kümmern. Ich vertraue keinem Menschen mehr als ihr. Wenn die Zeit reif ist, wird sie dir von mir erzählen. Mach es ihr leicht. Sei nicht so stur wie ich. Ich will nicht lügen. Diese Welt ist ziemlich kaputt. Es wird nicht leicht werden, aber du musst immer daran denken. Immer daran denken. Ach so. Ich will auch, dass du stolz bist. Das Leben ist lebenswert. Findet deine Bestimmung und kämpft dafür. Du hast zu viel Kraft in dir. Ich weiß, dass du eines Tages eine aufrechte, stolze Frau sein wirst. In Liebe, deine Mutter, Anna. Mach mich stolz. Springmesser. Foto. Ah, das Foto von... Ich hätte es dir geben sollen, als ich noch konnte. Schau. Das sind so die Sachen, die sie mit hat. Es ist halt ganz interessant so. Finde ich. Dass man jetzt in ihren Rucksack halt auch reingucken kann. Ah. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung. Das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ähm, ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja. Vielleicht können wir dir... dir was für das Fleisch da geben. Und was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen und... Geh'n irgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und ne Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Hm. Das Gewehr nimm ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen... wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Ähm... Wie heißt du? Warum? Okay. Ich verstehe. Es ist nicht leicht. Ein paar Fremden zu vertrauen. Und... Und der Verletzte. Du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Du hast noch eine Waffe? Du hast noch eine Pistole. Okay. Ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Du hast deine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Okay. Hoffentlich finden sie nicht. Hoffentlich finden sie nicht. Dann wacht die Fenster. Okay. Ah. Jeder Schuss muss sitzen. Ich kenn das schon. Ja, drei Schuss. Toll. Oh-oh. Du hast recht. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Hilf mir mal. Oh, na los, na los. Mist. Oh, komm. Oh, komm. Oh, Gott. Oh, Gott. Nein, 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 nein. Scheiße. Zu spät. Ich hab keine Muni, Alter. Ja, ich seh sie. Alter, er steht da. Oh Gott Wir müssen hier raus. Na los, Kleine. Okay, Kleine. Shit! Ah. Komm schon. Ich halte sie auf. Erwacht die Treppe. Alter. Komm mit. Hier durch. Okay. Weißt du, wo es lang geht? Ich war hier noch nie. Na toll. So ein Glück. So ein Glück. Alles frei. Hier lang. Ich frage dir. Alles in Ordnung? Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Okay. Folge mir. Und pass auf. Au. Hey, Kleine. Alles klar? Ist okay. Mehr Flicker. Verschwinde da! Ah. Ah. Stop. Alter Oh mein Gott Alter, bin ich erschrocken Fuck off Oh mein Gott Alter, mit Pfeilen ist echt cool Ich mag das eigentlich Also in The Last of Us Ist eins der einzigen Spiele Wo ich Pfeil und Bogen echt mag Weil in so vielen Zum Beispiel gab es ja in Red Dead Redemption Pfeil und Bogen habe ich gehasst Hab ich nie gespielt Nie, nie wirklich gespielt So, wait a minute Wo geht's Ah, okay, hier Okay Alles klar Komm schon, da ist die Tür Das war knapp Wir müssen da hoch Da Mit der Leiter sollte es gehen Okay Kleinen Moment Ich gehe mal ganz kurz auf Toilette Okay Bogen Ich gehe mal ganz kurz auf dem Vielen Dank. So, weiter geht's. Eil dich und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar. Äh. Woah. Sorry. Äh, jetzt hab ich mich grad irgendwie blöd angestellt. Oh, really? Hier, komm her, hilf mir rauf. Noch einmal, das schöne Spiel. Okay, dann los. Beeil dich. Und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar. What? Oh. Ja. Ja. Alles okay? Warte, vielleicht können wir ja was herstellen. Ah ja, wir können. Okay. 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 Bitte schön. Gut, Achtung. Okay. 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 Hier durch. Wir müssen hier irgendwie raus. Oh. Okay, alter Mann. Okay, alter Mann. Okay, alter Mann. Es muss einen Weg hier raus gehen. Ha. Okay. Ja. Mann. Es sieht aus, als hätte schon jemand gegen Sie verloren. Oh Gott. Wir haben diese Jungs gesucht. Egal. Nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. Okay. Hab ich gemacht. Bereit machen. Oh Gott. Alter, wird er mit ihm nicht fertig, oder? Oh Gott. Alter, wird er nicht mal mit dem Ding fertig? Hast du das? Sie sind auf dem Dach. Ich weiß. Oh. Oh Gott. Nein. Nein. Was? Alter. Wir kommen schon zurück. Das Gefühl habe ich aber nicht. Konzentrier dich, wir schaffen es. Wie viele von denen gibt es denn? Keine Ahnung. Seid einfach dran. Weiter. Ich höre Klicker. Das klingt nicht gut. Oh. Einer von großen Scheißkerlen. Hey, Kleine. Ja. Ich glaube, wir haben es geschafft. Haben wir sie alle erledigt? Du klingst ja richtig enttäuscht. Eher ungläubig. Ich überprüfe die Brücke. Oh nein. Ich hätte den nicht herstellen sollen. Fuck. Ha. Egal. Zu spät. Oh, Alter. Das war gerade spannend. Alter. Wir haben uns echt nicht schlecht geschlagen. Okay. 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 Hm. Nicht schlecht. Nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Einen verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert hat, seinen Grund. Hey. Bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Fall gehen. Runter mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Tja. Ich will weg hier. Komm schon. Der Hase ist inzwischen tiefgefroren. Komm schon. Okay. Joel? Oh. Oh, ich hab nicht viel zu essen gefunden, aber ich hab das hier. Okay, heb deinen Arm. Sag mal, los. Es tut mir leid. Moment. Das war's. Du schaffst das, Joel. Du schaffst das, Joel. Du schaffst das, Joel. Vielen Dank.